Ich glaube, es sollte auf alle Fälle ein Punkt einfach sein. Also was ja auch in dem Artikel erwähnt war, waren die teilweise durchaus, ich bin ja kein großer Fan davon, aber wie nennt man das, diese Fragen, die oft dann von HR, also von der Personalabteilung herauskommen, die irgendwie so ein Brainteaser sind, also irgendwie die dich sozusagen vor eine geistige Herausforderung stellen sollen. Was ist nicht so eine Frage aller, stell dir vor, du bist für ein Projekt verantwortlich und laufst deinen Deadlines hinterher, wie würdest du das mit deinem Projektsponsor kommunizieren? Und mein Problem mit diesen Fragen ist, dass es gibt Leute, die sind gut vorbereitet auf solche Fragen und die können das dann über NLP super beantworten, reframen die Frage und werfen dir das zurück. Also da gibt es Techniken, über die wir gerne auch mal im Detail sprechen können, die halt, sag ich mal, wichtig sind oder die einfach nur zeigen, okay, du hast dich auf den Interviewprozess vorbereitet, sagen aber gar nichts aus darüber, erstens, wie du halt in echt tust, ob dir das bei den Projekten gelingt oder nicht, ob du so kommunizieren kannst oder nicht. Es zeigt einfach nur, dass du den Interviewprozess beherrschst. Also du erinnerst dich aus dem Sport, wenn man sagt, warum, warum tust du Springschnur springen oder was bringt es dir, Springschnur zu springen und die Antwort ist, ja, du kannst nachher gut Springschnur springen. Und da ist es genau dasselbe. Und da finde ich halt, ich meine, das kann man jetzt natürlich dieser anderen Frage nach der Tiefe, nach der Persönlichkeit auch vorwerfen, aber ich würde dem entgegnen, das ist so eine grundlegende, ein grundlegendes Etwas, was du mitbringst in diesen Job, nämlich dich als Ganzes und als Person, dass dieser Vergleich halt nicht zulässig ist, zu sagen, naja, aber mit so einer allgemeinen Frage wie, was ist für dich im Leben wichtig, kannst du das jetzt nicht rausfinden. Und ich glaube, ganz im Gegenteil, dadurch hast du einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, wie dick dieser Mensch und eben passt dieser Mensch bei uns ins Team rein und werden wir dadurch zu einer hohen Wahrscheinlichkeit Chance haben, dass das ein Arbeitsverhältnis ist, was für beide Seiten passt.